ist alle gut dann startet auch gleich weil ich habe festgestellt bei der ankündigung die wir gemacht haben das ist doch eine ganze menge ist inhaltlich also von daher gucken wir mal wieder durchkommen lernen kein kinderspiel man sieht hier schon um links kinder die praktisch hinfallen stolpern die wir begleiten müssen unten links kinder die nicht weiter wissen oder auch an der schule verzweifeln ich glaube das war die letzte zeit durch homeschooling und andere dinge doch sehr anstrengend für alle beteiligten und trotzdem gibt es halt gemeinsame lösung und ziel ist es immer hier rechts unten ja entweder kinder die sich freuen oder auch erwachsene die sich freuen ich habe jetzt schon von der frau freigang und frau dunler ja eben viele dinge gehört die schon in die richtung gehen von daher bin ich sehr froh dass dieser trend anhält von den themen her was haben wir alles ja wie finden überhaupt verhaltensänderungen statt und wie kann uns die weiterbildung dabei unterstützen weil wir reden alle vom lebenslangen lernen und keiner definiert es aber oft genau und in vielen unternehmen ist es tatsächlich so wie die frau freigang schon gesagt hat die klassischen weiterbildung sie hat es so schön formuliert sind für die tonne ganz so würde ich es nicht behaupten manchmal ist es besser als gar nichts aber trotzdem können wir glaube ich davon wie kinder lernen viel abgucken und vor allen dingen schauen wir mal wie groß ist der unterschied eigentlich dann schließt sich die frage daran muss ich als führungskraft geboren sein eine frage die ich oft immer wieder gestellt bekomme und auch viele behaupten dass anders geht es gar nicht ja das schauen wir uns auch an wie kann führungskräfte entwicklung gelingen dann einen kleinen einblick geben weil gibt es ganz viele unterschiedliche methoden gibt auch wir heute zum gesehen haben bis mit den 3d welten finde ich total spannend ich habe das selber noch nicht ausprobiert von daher hoffe ich dass es mehr in die wirtschaft reingehen wird und und die leute nicht den aufwand scheuen weil ich kann mir gut vorstellen dass es eine sehr gute methode ist dementsprechend auch welche rolle wird digitales lernen in zukunft spielen und welchen weg bieten wir wie die train und coach wer ist training coach wir sind drei trainer und coaches die sich zusammengetan haben weil wir halt oft diese erfahrung machen wie sie oft beschrieben wird es werden weiterbildung angeboten und da kommen wir schon zu dem ersten part hier nämlich verhaltensänderung durch weiterbildung was erwarten wir dann also wir kriegen in haus anfragen ja unsere führungskräfte müssen das team zusammenschweißen oder irgend so was so was bekommen wir dann ich habe jetzt ein thema rausgenommen soziale kompetenz wie sind die erwartungen oft nach ein paar tagen sollen die teilnehmer lernen wie mache ich das alles also wie schaffe ich eine respektvolle umgebung wie stelle ich vertrauen her wie gebe ich lob und anerkennung wie mache ich eine wertschätzende führung so was bekommen wir oft wird dann so häppchenweise zu jedem thema ein bisschen was angeboten egal ob jetzt online oder auch in präsenz das ist jetzt unabhängig von corona und die leute freuen sich auch dass sie sich damit auseinandersetzen können nur wie setzt sich dann nachher in die praxis um und da glaube ich fehlt immer ganz viel weil natürlich die unternehmen auch bereit sein müssen dafür eben auch zeit zur verfügung zu stellen so das war der ansatz wie wir uns zusammengefunden haben und da möchte ich mal kurz eine frage in die runde geben dass sie manchmal kurz freigabe beenden muss ich mal kurz gucken komme ich hier wieder zurück so wie viel sind wir denn jetzt noch wir sind neun personen also hier steht drei von neun frau heise können sie mir sagen was das bedeutet auch ich könnte sich neun personen per video und audio zur gleichen zeit zuschalten davon sind also drei plätze gerade vergeben und wir sind insgesamt zu sechst daneben sehen wir genau neben dem auge okay gut also wenn sie mögen können sie auch durch mal ihr video anmachen wenn wir so eine kleine runde sind weil mich würde mal interessieren welche der schulung oder weiterbildung die sie schon selber mal gemacht haben hat sie beeindruckt oder wirklich auch geprägt also wirklich weitergebracht vielleicht einfach rein sprechen frau bauer ich höre sie noch nicht warum weiß ich nicht freise wenn sie frau bauer ich höre sie nicht nein auch noch nichts sie haben sonst die möglichkeit über dieses kleine rädchen da sind ja die unteren symbole dort hätten sie die möglichkeit über das rädchen vielleicht das andere headset auszuwählen oder genau manchmal sucht sich das system ja das falsche mikrofon aus ich will ich noch mal hören sie mich hier jetzt schön persönlich auch ich sind immer wieder der workshops beziehungsweise seminare also wo man auch aus der rolle des personalentwicklers die ich diese diese konstellation immer sehr vor und das ist auch das insbesondere dann noch mal wo man mit den teilnehmern in den austausch gehen kann oder in die diskussion hat jemand noch ein anderes beispiel so ich kann mich noch an weiterbildung erinnern vor vor 20 jahren das waren dann meistens irgendwelche ganz besonderen sachen sei es auto trainings oder wo wir halt besondere dinge gemacht haben wo es aha effekte gegeben hat in die et cetera so und da ist eben die frage da können wir wirklich eine ganze menge die frage von kindern lernen so ich gehe mal jetzt wieder auf den die präsentation sie müssen jetzt die präsentation wieder sehen so das heißt wie lernen denn kinder und ich habe es bewusst jetzt da steht nicht alles drauf aber bewusst mal auch knapp gehalten für diesen kurzen impulsvortrag kinder lernen wenn sie förderliche rahmen bedingungen haben wenn sie aktiv sein können natürlich auch durch imitation also ganz kleinen kleine kinder gucken ja immer wie machen wir erwachsenen das und die ganzen spiele die so entwickelt werden für kinder links lernen am modell dienen halt dafür auch sei es motorik auszuprägen andere dinge zu lernen natürlich eigene erfahrungen zu machen und auch ist wichtig dass sie möglichst viele unterschiedliche erfahrungen machen und ein ganz wichtiger aspekt die soziale interaktion und gerade die letzten anderthalb jahre in krona zeiten da hat das doch sehr stark gefehlt weswegen eben viele kleine kinder und auch viele schüler die problematik haben dass sie sich kaum disziplinieren können dass sie keine lust haben etc und das ist halt so ein großer aspekt diese soziale interaktion ich habe mal mit lehrern gesprochen die haben gesagt das wichtigste beim unterricht ist die beziehung zum schüler das fand ich sehr interessant weil die lehrerausbildung darauf ausgeht wie mache ich das didaktisch wie mache ich meinen unterricht aber viel zu wenig wie baue ich eine gute beziehung zu den schülern auf weil je nach altersklasse lernen die schüler halt auch zum teil ein stück weit für den lehrer und das ist bei den unteren altersklassen auch überhaupt nicht schlimm weil sie dadurch auch lernen zu lernen natürlich das thema wiederholung umso häufiger wir etwas tun umso besser behalten wir das emotionen spielen eine große rolle aber auch die qualität der lernprozesse also habe ich ruhe zum lernen kann ich mich darauf eingehen und deswegen hier in der mitte steht ja learning is fun und das bild zeigt schon wie viele unterschiedliche dinge wir haben und wie viele unterschiedliche dinge wir auch nutzen sollten damit wir möglichst alle sinne ansprechen so wenn wir uns die prinzipien pädagogischen handelns anschauen dann sehen wir hier verschiedene lernwege persönliche leistung auch also das heißt passiv lernen wie beim frontal unterricht wo praktisch der lehrer vorne was erzählt und wir nehmen das auf da lernen wir relativ wenig und so ist es auch wenn wir ein webinar besuchen und uns vom computer setzen und eine präsentation sehen selbst wenn jemand was dazu hört dann ist es immer sehr schwer wirklich was zu lernen wir nehmen wir nehmen das zwar irgendwie auf aber wir müssen uns in irgendeiner form damit auseinandersetzen und deswegen auch physiologisches lernen erfahrung also was kann ich dabei tun und wenn ich was schreibe dann lerne ich eher was weil ich aktiv was tue das heißt immer dieses thema aktivieren spielt eine große rolle aber auch um rechts unterstützend zu sein motivierend wertschätzend und da mal ganz klar also unter druck oder mit angst lernt es sich schlecht hat ein kind angst von einer prüfung von einer von einer arbeit dann ist es eine schlechte lernumgebung und für fürs lernen immer relativ schlecht um etwas neues aufzunehmen sollte trotzdem herausfordernd sein ach deswegen ist so dieses vokabeln lernen für neue sprache oft nicht so spannend weil es wir müssen zwar irgendwie tun aber so richtig herausfordernd ist es nicht nachher zu sprechen mit anderen zu agieren das ist herausfordernd und da lernen wir dann noch am meisten unten steht noch ordnung und kategorisierung das hängt vor allem damit zusammen wie funktioniert unser gehirn das heißt unser gehirn nimmt ja die dinge nicht nur auf und speichert die sondern wir haben ein riesen netzwerk worauf wir zurückgreifen können deswegen wenn ältere menschen lernen dann lernen sie zwar nicht mehr so schnell jedoch ist es so dass sie viel mehr anknüpfungspunkte haben und meistens die gesamtzeit die sie zum lernen brauchen ist genauso lange wie junge menschen die sich diese netzwerke erst aufbauen müssen also ist ganz spannend und sie merken vielleicht schon dass wenn wir uns das ansehen und sie mal so drüber schauen das ist zwar eigentlich für kinder aber wenn wir gucken wie erwachsene lernen dann ist vieles sehr ähnlich ja also mal abgesehen von ein paar sachen die vielleicht für kleine kinder gelten die nicht mehr für erwachsene gelten ist es im grund genommen alles was hier steht gilt auch für uns erwachsene und nicht nur ich ich kenne viele die auch in hohem alter noch die sendung mit der maus gucken manchmal aus alter tradition weil wir uns früher mit den kindern geguckt hat oder aber auch weil es einfach spannend gemacht ist ja und in der regel lernen wir tatsächlich dort immer was und wenn wir uns das ganze anschauen dann ist es halt so wie ist die wie ist die wirklichkeit ich habe mir hier zwei beispiele mitgebracht oben rechts das sieht denke ich sehr positiv aus alle sind dabei machen was haben freudige gesichtsausdrücke ja unten links wie sieht so ein schulalltag aus die leute kinder sind oder jugendlichen sind gelangweilt weil der unterricht langweilig ist man sieht es so klassischer frontal unterricht und das passiert halt ganz oft auch schon in der schule warum zu viele schüler in den klassen zu wenig vorbereitungszeit für die lehrer und so weiter zu wenig räume auch oft das haben wir eben auch gehört bei frau dunder sondern braucht auch kapazitäten dafür und ich finde da kann man sehr viel übertragen so sind wir auch auf den titel gekommen das heißt wenn wir darauf achten dass wir eine gute lernumgebung haben wenn wir darauf achten dass wir viele dinge eben auf mehrfachen mehrfacher ebene lernen können also alle sinne anzusprechen ich habe mal hier so lerntipps mitgebracht das ist nur ein auszug weil über das lernen kann man nicht nur bücher schreiben man kann studieren dazu etc und punkt 2 finde ich sehr interessant suchen sie sich lernpartner das ist auch ein problem was die studenten momentan haben lernpartner zu finden online weil durch diese soziale interaktion dass wir mit anderen reden lernen wir halt und so ist auch in meinen seminaren oft so dass die leute sagen am wichtigsten war eigentlich der austausch am wichtigsten waren die praktischen übungen und am wichtigsten sind so praktisch die verknüpfung von der theorie zur praxis so und wenn ich mir viele schule angucke dann sind die aus meiner sicht viel zu theorielastig so jetzt gehe ich noch mal zurück zum thema muss ich als führungskraft geboren sein ich beende noch mal so sechs leute sind noch da vielleicht haben wir noch ein statement von einzelnen was glauben sie müssen muss jemand der führungskraft werden will muss er dazu geboren sein noch mal ganz kurz hinweis dass sie sich gerne über audio und video zuschalten können oben rechts im fenster oder sonst natürlich auch gerne über den chat uns eine rückmeldung geben können frau heiser wo sehe ich eigentlich den chat ich habe den irgendwie nicht gefunden neben neben diesem video fenster da gibt es die registerkarten event und session und wenn sie gehen genau das ist genau ich kann ja auch einfach mal sagen was mein gedanke dazu ist wenn das okay ist um die rolle der moderatorin rauszugehen ich kann mir schon vorstellen dass es zumindest bestimmte persönlichkeitsmerkmale vielleicht geben muss um oder die von vorteil sind um eben diese rolle der führungskraft einzugehen oder gerecht zu werden ja ja also von vorteil auf alle fälle ja weiß nicht gibt es noch andere meinungen dazu dann gehe ich mal wieder auf die präsentation so weil es ist so eine gängige meinung also von vorteil da stimme ich ihnen zu die frage ist muss ich als führungskraft geboren sein dann hätten wir irgendwann kaum noch führungskräfte weil wenn ich mir junge führungskräfte teilweise anschaue da würde man ihnen es vielleicht nicht zumuten die problematik liegt oft an anderer stelle weil wer wird denn führungskraft führungskraft wird in der regel eine person die fachlich sehr gut ist die gute leistung bringt und so weiter das heißt oft wird nicht gut genug geguckt will die person das überhaupt ist nämlich manchmal wird man gefragt ohne dass man ablehnen kann und was muss ich denn tun damit diese führungskraft auch gut ihren job machen kann wenn wir jemand an eine maschine stellen dann sagen wir der muss eine ausbildung machen damit das lernt ja also jemand der von der schule kommen kann bestimmte dinge auch noch nicht und wie sich das entwickelt hängt halt von vielen verschiedenen faktoren ab ich habe mal eine studie rausgesucht wo google analysiert hat also nehmen sie die studie nicht zu ernst weil auch da gibt es zehn verschiedene studien zu aber ich fand es ganz interessant was müssen führungskräfte mitbringen da habe ich mal zehn dinge mitgebracht ich klicke erst mal alle durch hier die gute chefs auszeichnen das heißt guter trainer bedeutet dass er die leute gut anleiten kann dass er ihnen zeigen kann wie es geht ermächtigt das team das heißt das team trifft entscheidungen versucht selbstständig und eigenständig auch zu arbeiten vermeidet mikro management also das was wir unter kontrolle verstehen das natürlich gerade in krone zeiten hatten viele führungskräfte das problem die vorher mehr kontrolliert haben das in die kontrolle jetzt auch verloren gegangen ist und deswegen ist es so wichtig umfeld zu schaffen hier steht erfolg und wohlbefinden so auf erfolg wird natürlich immer großen wert gelegt mit dem wohlbefinden ist es manchmal so eine sache und natürlich sollen führungskräfte produktiv und ergebnisorientiert sein das ist klar gut kommunizieren können so und auch hier wenn ich meinen sohn der ist altheeler der ist jetzt 25 also am anfang seiner karriere konnte er noch nicht so gut kommunizieren ja also hat er eher so die klassischen eigenschaften eines nerds gehabt durch regelmäßiges üben und immer wieder unterhalten und sport und alle anderen möglichen dinge kann er das inzwischen sehr gut und natürlich unterstützen visionen die eine rolle spielen und so weiter also sie sehen schon ist eine ganze menge ich denke man muss nicht alles können fängt ja auch von der position ab aber die frage was ist denn am wichtigsten steht hier nämlich gar nicht drauf sie können im runde fast alles lernen vielleicht nicht alles aber das wichtigste ist letztendlich die innere haltung das bedeutet wenn sie das lernen wollen dann werden wir auch einen weg finden sicher braucht jeder andere dinge also der eine ist vielleicht von hause aus jemand der gut erklären kann braucht aber kreative köpfe köpfe für visionen das heißt jede führungskraft sollte ihren eigenen stil entwickeln und auch ihre eigenen stärken ausbauen um so dann auch effektiv führen zu können also deswegen sind wir ganz klar der meinung nein man muss nicht als führungskraft geboren sein es ist natürlich wichtig je nach position dass sie bestimmte dinge lernen und nicht nur können sondern dafür auch eine gewisse zeit brauchen also geht halt in der regel nicht unbedingt in zwei drei wochen oder in zwei drei monaten für manche dinge braucht man halt auch mal ein zwei jahre so und wie kann das gelingen wir haben das ja heute schon ein paar mal gehört herkömmliche methode heißt wir haben ein oder zwei schulen im jahr vielleicht mit zwei bis drei tagen und das war es dann also in der regel wird da zwar wissen vermittelt aber es begleitet niemand bei der umsetzung so und ich gucke jetzt schon ein bisschen auf die zeit weil die könnte knapp werden deswegen gehe ich das mal ein bisschen schneller durch hier ist mal so ein beispiel für so ein umsetzungs kontakt konzept wie gesagt es ist nur ein beispiel wie kann ich das machen das heißt ich habe eine kombination aus ganz vielen unterschiedlichen dingen meistens mit einem auftakt workshop dann gibt es verschiedene trainings die abgestimmt sind auf die gruppe dann gibt es im team auch führungskräfte als co-trainer manche nennen das dann auch den mentor für junge führungskräfte natürlich training on the jobs und zwischendurch kann es e-learning geben kann es coaching einheiten geben etc also je nachdem wer was braucht manche können dinge sehr schnell umsetzen andere brauchen dafür länger das heißt die individuellen eigenschaften mit zu berücksichtigen spielt hier eine ganz große rolle denn wir lernen praktisch mit ganz vielen sinnen am wenigsten lernen wir wenn wir nur etwas sehen dann wenn wir etwas hören das ist schon ein bisschen mehr wenn wir beides kombinieren auch wenn wir aber selber sprechen das ist immer der vorteil für uns trainer wenn wir trainings machen wir lernen eigentlich am meisten weil wir müssen uns vorbereiten wir müssen überlegen wir bringen was rüber und dann tun wir es auch noch also von daher es ist ein großer vorteil für uns und hier durch so eine schleife dass wir dann eben später auch richten feedback geben und so weiter können wir dann halt dinge verfestigen hier unten steht noch blend learning das ist praktisch so wenn alles integriert wird das heißt die mitarbeiter haben die möglichkeit während der schulungseinheiten auf auf lernkonzepte zurückzugreifen sich immer sachen wieder mal anschauen sich immer wieder mit den dingen beschäftigen weil unser gehirn legt auch den fokus darauf mit auf die dinge und mit denen wir uns beschäftigen das heißt wir nehmen andere dinge wahr das ist wenn sie sich neues auto kaufen also ich weiß nicht noch ich habe irgendwann mal ein smart gekauft auf einmal habe ich nur noch smart gesehen ja fokussierte wahrnehmung als mein sohn geboren wurde habe ich nur noch leute mit kinderwagen gesehen und so kennen sie sicher auch beispiele wo sie auf einmal was tun und auf einmal nehmen sie viel mehr wahr wie vorher so weil die vorteile sind dass sie wenig umsetzungszeit haben wenig fehlzeit nach arbeitsplatz weil das ist eines der hauptprobleme zu wenig zeit für die weiterbildung und dass wir es halt regional kombinieren können also gerade durch die vielen erfahrungen jetzt auch in der corona zeit merken wir halt auch die unterschiede was können wir online machen was ist nicht so gut online das heißt ich sehe so eine gewisse müdigkeit momentan bei online formaten ich denke wenn wir wieder eine gute mischung haben zwischen präsenz und online dann wird es auch wieder gut funktionieren so deswegen ich gehe mal jetzt schneller durch das vielleicht noch ein moment zeit haben für die diskussion aus meiner sicht wird eine gute weiterbildung design wo viele sachen miteinander kombiniert werden in welcher form e learning oder auch was finden mit den 3d welten gehört haben finde ich super spannend auch von der frau freigang mit den smarten möglichkeiten in jeglicher form bin ich absolut freund davon weil wenn wir spaß dabei haben wenn wir spielerisch dinge lernen dann ist es wie bei den kindern dann lernen wir automatisch und es ist überhaupt nicht anstrengend und deswegen glauben wir schon dass lernen kinderspiel sein kann wenn die voraussetzungen dafür geschaffen sind und unser ansatz ist dementsprechend dass wir eben auch auf diesen verschiedenen kompetenzstufen begleiten möchten wir kooperieren da auch mit anderen unternehmen weil nicht alles können wir selber anbieten und es geht in erster linie am anfang meistens darum wissen überhaupt erstmal zur verfügung umzustellen dann aber auch jedem einzelnen die möglichkeit zu geben die dinge wirklich zu durchdringen also nicht nur zu verstehen das ist ja auf der kognitiven ebene meistens einfach sondern wirklich zu durchdringen und das schaffen wir in der regel indem wir es anwenden ich kenne immer die diskussion am anfang des seminars ich will keine rollenspiele haben sie vielleicht auch schon mal gehört oder selber gesagt was ist so komisch an rollenspielen ja wenn wir ganz fiktive rollenspiele machen dann ist es oft so dass wir den bezug zur praxis nicht wirklich herstellen können wenn wir aber genau die situation üben die nachher in der praxis gefordert sind deswegen nenne ich das in der regel praktische übungen nicht rollenspiele dann haben wir da unheimlichen lerneffekt und ich meine kein kein fußballprofi würde auf die idee kommen im entscheidungsspiel dinge auszuprobieren in der großwelt denken wir immer wir müssen es einmal hören und dann können wir das das heißt wir denken dass es sinnvoll ist ein coach oder trainer auf dauer irgendwo an der seite zu haben weil sich halt immer wieder neue dinge ergeben und viele erfolgreiche führungskräfte machen das schon dass sie immer jemand haben auf den sie zurückgreifen können wenn sie das gefühl haben nicht gut mal eine andere meinung zu hören und in diesem sinne ja heißt für uns der praxistransfer die dinge besser zu machen als vorher das heißt wir gucken uns schon an wie ist es am anfang überlegen uns dann gemeinsam konzept wie lässt sich das mit den vorhandenen ressourcen weil es spielt ja oft auch eine große rolle was lässt sich daraus arbeiten und wie kann es umgesetzt werden das ist unsere idee und weil wir sind nur zufrieden wenn sie auch zufrieden sind das heißt wenn ihre ziele erreicht werden und ja hier sind wir drei noch mal wenn sie mehr wissen wollen können sie entweder auf unsere internetseite gehen ich stelle auch den die präsentation gerne zur verfügung und freue mich jetzt haben wir vielleicht noch ein paar minuten für frage und austausch und freue mich natürlich auch über ihr interesse da muss ich kurz zurückgehen so da bin ich ja ja gerne auch mit mikro und kamera ja vielen dank frau entschuldigen sie jetzt bin ich gerade jetzt stehe ich gerade auf mich lauf frau bitte vielen dank für die ausführungen genau und natürlich ja wenn sie fragen haben gerne in den chat schreiben oder wie schon gesagt oben rechts im video feed können sie per audio und video auch mit dazu kommen es gab vorhin übrigens noch bei ihrer frage wäre es ob man als führungskraft geboren sein muss noch die anmerkung im chat genau das was sie auch gesagt haben man muss nicht rein geboren sein sondern die herausforderungen annehmen das fand ich sehr schön genau das hat das noch mal genau bestätigt ja das sehe ich aber komischerweise nicht mit dem schritt im chat beim reiter session oder session so ach so doch da ja genau und vor allem genau es scheint mir im moment erstmal noch keine frage zu sein ich würde sonst noch vorschlagen wir haben ja jetzt als nächsten punkt in zehn minuten fangen ja schon die q & a's an genau die runde die frage runde an die bisher vortragenden sonst würde ich fast sagen dass wir uns da gleich wieder sehen ja sehr gerne Frau heise wie ist denn das mit meinem vortrag mit der präsentation stellen sie das nachher für alle zur verfügung oder wie machen sie das das ist eine sehr gute frage die werde ich gleich mal an den Herrn taube weiterleiten und genau wird es einfach dann gleich nochmal bei den q & a's also bei mich würden auch die anderen interessieren ich denke mal da nicht auch aufgezeichnet wird hat man ja später irgendwann den zugang dann genau also die aufzeichnungen die werden sie auf jeden fall finden auf der seite der manufaktur für führungskultur genau da kann ich auch gerne gleich nochmal den link hier in den chat stellen und dort gibt es dann eben genau alle videos dass man sich alles nochmal anschauen kann und gerade auch von den sessions jetzt parallel liefen denke ich das ist ja spannend dann nochmal mit anzuhören genau genau dann hat er viel und dann bis gleich genau 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 genau